Hallo Leute und dann sind wir wieder bei Delivision im Multiplayer und ich soll sagen gleich wieder raus und mal gucken ob die Russen noch da sind, unsere alten Freunde. Ja einer rennt hier auf jeden Fall noch zwei. Ja die Russen sind noch hier. Ah diesmal schießt sie mich direkt um. Tod. Na verlassen mich schon. Ja leck mich doch. Ja weil du gekampft bist. Aber die sind jetzt alle abdrücklich. Ja und? Das heißt wir dürfen sie töten und kriegen nix dafür. Ja weil sie trotzdem ficken die mich gerade. Ja aber wenn du nicht abdrücklich bist dann respawnst du super schnell. Hast du das jetzt die die abdrücklich sind? Noch leben. Bist du in dieser Kasse reingelaufen? Ja hat mich. Als du da probierst. Mhm. Was ist da? Oh. Du seid ihr seid ihr. Ich hab schon wieder ein halb getötet. Ja aber ich bin ja in story spot. Ich bin da schon wieder da. Ich wollte jetzt nur nicht da hinten bei dem bleiben. Ja aber es ist auch mies. Das ist das Problem bei der division du hast eigentlich keine chance weil du nicht vier Leute bist. Ja. Dann gehen wir rein. Das ist auch einer der Gründe warum ich das Spiel nicht holen werde. Weil ich hab nicht immer vier Leute die das gleichzeitig mit mir spielen wollen. Die rennen hoch. Die kommen schon wieder rein. Oh du hast geklärt. Da sind sie. Sie sind vorne. Die sind nicht oben. Die sind nicht vorne. Die gehen hier grad hoch. Ja uspеваем uspеваем. Nein es sind andere es sind andere. Nein. Die sind abdrücklich du Bongo. Alle drei. Ja hinter euch will die abdrüdigen. Nein das sind die Bots. Nein das sind andere drei abdrüdigen hinter uns. Ja einfach nicht man das. Die abdrüdigen sind da oben. Nein. Ich bin schon normal. Hahahaha. Oh du bl***er gehörst du. Na nachhörst du. Na nachhörst du. Na nachhörst du. Ja du bl***er gehörst du. Oh bl***er. Ja du bl***er. Wir setzen jetzt einfach da oben fest. Und mit ihren beiden Slyper können wir nicht warten. Ja du bl***er. Ja du bl***er. Alter die treffen einfach immer. Ja. Weil die nicht wegs Sniper haben. Ja da vorne ist der Gegner die auch auf mich schießt. Wir sind am Arsch Sven. Von links kommen auch welche. Die schon wieder am Arsch sind. Wenn die runterklettern viel Spaß. Nein nein die stehen oben. Ja aber die kommt da nicht mehr runter. Das ist jetzt unser Glück. Ja. Solange ich sich immer wieder mit unseren Sentries anlegten kriege die nämlich ihre Ding nicht mehr los. Das Problem ist der Linkse noch zwei Whatts. Ja. Na, na. Die sind solche Wichse. Hast du eine Sentry? Ja. Werf vor die Tür. Immer schön die Sentries standzieren, dass sie ja nicht die Leiter runter gehen. Und wenn sie runter gehen, dass sie es direkt gut bekommen. Soll ich mal versuchen, die Bots wegzumachen? Ja, ich will der Kirm, pass auf. Aber man ist gleich da, meine Sentry. Ok, bitte. Du das nicht. Alter, guck mal wie schnell die Einweg machen. Ja, weil ich Snipers habe. Da ist kein Wichse. Ja, ich habe eine Schreiber nicht gearbeitet. Oh, ich habe 0.0. Du bist der Karte. Du bist der Karte. Gut. Jetzt ein bisschen. Ein bisschen. Ja, du bist der Karte. Ja, du bist der Karte. FKD, du bist der Karte. Das karte. Das ist ein wenig. Das karte. Das ist ein wenig. Du bist der Karte. Das ist nicht da. Ja, ich bin ein wenig. Das karte. FKD. Ja, ja, das ist nicht. Ich habe nur auf das Dreck gesheilt. Ja, das ist nicht wahr. Ja, ich bin ganz daneben. Die nehmen einfach hart die Drogen, glaube ich. Russen halt. Haha, Russen, die haben nichts zu schaffen. Aber wir haben die da oben festgeklemmt. Die kommen einfach nicht weg. Wo sind sie denn? Sind alle drei nach oben? Äh, ne. Ich glaube nicht. Doch. Doch. Alle drei sind nach oben. Sie checkten sogar, wenn ich versuche sie zu umgehen. Das ist ein übelst gut. Ich glaube, die Spiel ist auch schon ein bisschen länger wie wir. Ein bisschen oft effektiver. Ja, wir sind auch nur daraus. Haben wir ja Käpt'n sie jetzt mal zu. Hast du Senshi? Ja. Soll ich sitzen? Ja, da steht nix mehr. Wir wissen nicht, wie die Ründer kommen. Das Problem ist, die verlieren ja Dings, dann ja sonst. Wenn die nicht ja dauernd gegen uns kämpfen. Dann wissen wir ja nicht, wie sie umsehen. Weil so sehen wir sie durch die Wand. Das ist unser Vorteil. Witz, ich meine, ich mein Sensor braucht noch ein bisschen. Ich seh die doch. Ich schau doch einfach mal nach oben. Siehst die doch. Was ist dein Problem? Weil die Leute sind falsch, ich weiß nicht mehr. Was haben Sie gesagt? Was ist das für sich? Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Oh! Oh! Oh eine andere. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ach, die Ecke, alles klar. Ah, die helfen uns jetzt. Nice! Wie kann man hier den Chat ändern? Wie kann man hier öffentlich machen? Riecht das überhaupt? Oh, von der hinten ist es nicht. Ah, du hast dann schon sensivische Scheiße, das hätten wir zwei sein gewesen. Ich habe beide eingeladen, aber die akzeptiert nicht. Den würde ich gerne mal 12.000 Schaden drücken, den Vogel. Ah, der hat auch eine Sniper. Da hinten kommt ein NSC von links. Also, ja. Vorsicht. Warte mal, wo kann ich in die Einstellung ändern? In meinem Chat, in dieser Einstellung? Ich will auch mal noch ein bisschen gucken. Aude, jo. Nicht zu vorn. Ja. Hi, Leute! Bude, da mutte ich aber auf den TS. Jo, mal recht. Jo, mal recht. Oh, ich komme. Hast du da im Schlussbereich? Ich finde nicht. Äh, nein, nein. Ich gehe nach rechts zurück. Michael, wir wollen hier gehen. Wo ist nämlich die Säcke? Haben wir denn so? Ja, sofort schießen wir im Rückstart, ist nicht los. Nicht los. Dann könnte ich das nicht ewig machen, wenn sie den auswählen wollen. Hilft ihr uns? Nee, nur noch 10 Minuten Zeit. Wahrscheinlich lassen wir es einfach bleiben. Haben Glück gehabt, die Kollegen. Ach, die... Komm, lass gehen. Okay, schade. Ja, unten ist er immer. Hüft? Ah, der Kampf ist jetzt beendet, die Offizie. Jetzt sichtbar. Wegen? Aber es kommt andere woher kämpfen. Aber warum wird die Bombe nicht verbreitet? Ich weiß nicht. Nein, das ist nicht verbreitet. Das ist, dass du mein Platz verbreitet mit der Kamera verbreitet. Ah, das ist in diesem Sinne. Ich verstehe. Kling, ich wollte einen Minus-1 nehmen. Ich habe einfach keine Chance, den irgendetwas zu drücken am Schaden. Halt da! Wegen, gut. Nein, nicht lange. Was, der hat dich wieder überlebt? Ja, der hat auch andere wieder überlebt. Aber nicht heilen, weil das geht, das habe ich schon probiert, das geht nicht. Der Typ gefällt mir. Der Typ gefällt mir. Und dann auf der Seite der D2. Ah, der ist ein schweiziger Sniper. Ich will nicht. Jetzt wieder du auf mich gesehen. Oh, gut. Wir haben den einen fast getötet gerade. Ja, ich habe jetzt auch einen getötet. Da kann ich dich auch alle konzentrieren. Wir haben den nächsten fast getötet. Wir müssen einfach warten, bis die vor... Oh, die Mixer. Oh, die Straße kommen jetzt. Oh, da kommen jetzt die Menschen. 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 Ah, da kommen in den 10 Sekunden hin. Das ist die Menschen, die Menschen zu sehen. Oh, da sind sie. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. 10 Sekunden. Echt? Komm her, ich muss noch 10 Sekunden. Komm her, wir warten noch 10 Sekunden. Komm her, wir kommen jetzt wieder zu mir. Alter, ist die Mensch vert september. muzen nur 40 jemals 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 ist das Pistole? Er ist bei der Schmutzkirrn. Er hat nicht am besten... Er ist nicht nur, ich teile, er will dir das nicht ansprechen. Er ist klar, was er sich auf jeden Sekunden ... Er ist klar, wenn er sich auf jeden Sekunden drehen... Er ist klar, da, 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 da. Jetzt hat er 49. Hier ist, 50. Ah, das ist klar. ...underspottet nicht. Da, 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 da. Wir sind einfach, einfach stehen. ich habe keine Granaten mehr ich habe keine Granaten mehr wenn sie sich nicht so hoch werfen es ist ein stückes Gefühl dass sie sich nicht so hoch werfen geht 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 ich bin bereit zu gehen hast du noch Granaten Sven? ich gehe kurz zurück jetzt überlebe ich dich weg weg ja die habe ich guck mal wo die mich erschossen habe ja ich habe dich gesehen aber da komme ich nicht hin definitiv nicht ja aber wie erschießen die mich hier schieß doch auf die die versuchen mich zu töten ja die töten mich komm wieder das ist ja schneller respawn eigentlich ja aber wir schaffen es nie gegen die da hochzukommen naja kommen wir nicht hoch aber dann können wir wenigstens denen doch in den Sack gehen also dermaßen ich sage ich habe wieder drei später Granaten drei Half-Kids und so Alter ja mit der Schotze komme ich dann nicht hoch das ist klar ne mit der Schotze kommst du dann nicht hoch die haben inzwischen schon zwei Minuten dreißig gejagt in der Zeit dürfen die nicht mehr die Zone verlassen wir dürfen ja auch nicht raus Sekunde ich habe wieder Darkly Dings von mir selber eingesammelt tschüss also wirst du so gut bekommen müssen inzwischen das ist ja nicht mehr sondern immer muss er die Munition ausgelenkt mich sie hat doch schon nix mehr glaube ich schau dich die alle drei Hände du hast du dich weißt dass die doch irgendwas hat sonst wird die Dichter hinten steht dann werft Granaten hoch 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 sit ich mir los oh 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 einer kommt vor einer kommt vor Einer kommt vor einer kommt vor Beriher sie sind alle drei hinten genau ein eine kommt vor einer kommt vor dude again na go back vse eidot eidot you really did dude so real okay Okay. No problem, no problem. Hesse, glaube ich zuhören. Soll er es nachsuchen? Ich habe noch was bei dir, Rubio. Nein, die haben nichts mehr. Die können nichts mehr haben. So viel mehr zu kämpfen. Ja. Die Kämpfe ist noch, dass er schießt. Aber er schießt in irgendwas schlecht, ne? Ja, tja. Oh, oh, oh! Nicht schlecht! Oh, oh, okay, Pastor! Noch Stülte! Hat er dich? Nein! Aber fast. Das war eigentlich ein ganz so schlechtes Laufen. Hast du da, was der da gerade als zweites gezogen hat? Ich habe keine Wiederbelegung. Ich habe nichts mehr. Nur noch Stands mehr. Ja, dann kämpfe wir nicht gegen die und schaue, dass du zurückkommst. Einer kommt vor. Also sehe ich das hier auch. Er kommt wieder, er kommt wieder. Er kommt. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Nein! Es waren schon 5, молодes Leute. Du wirklich? Check mich? Geh zurück und geh verloren! Ich bin auf 60 Sekunden mit Stauberblend 230. Wenn die nicht kämpfen kriegen, die das Ding nicht weg. Hast du noch Granaten? Geh, die Freunde! Geh, die Freunde! Geh, die Freunde! Ich bin einfach zur Zeit sofort in die Stelle! Ich habe wieder einen von den gut angeschossen. Ich habe jetzt wieder volles Granaten und... Ich habe jetzt wieder volles Granaten und... Oh oh, Sven! Komm zurück, komm zurück! Ja, ja, du bist ja safe! Sniper-Wixer! Immer noch Muli! Jetzt kommt ja auch noch Friendly Agent! Der sitzt auch noch mit uns gegen D! Wir sind alle noch ganz vorne! Wir sind alle ganz vorne! Wir sind alle ganz vorne! Wir sind alle ganz vorne! Das ist natürlich auch nice! Der hat seine Sentry oben drauf geworfen! Ich glaube, der weiß was er tut! Wir haben zwei Leute, das ist der Stärke! Nein! Nein! Wir sind alle ganz vorne! Nein! Wir sind alle ganz vorne! Wir sind alle ganz vorne! Wir sind alle ganz vorne! Ich muss es auf den Weg holen. Ich will die zu wissen, ob es das kann. Du bist nur so viel? Das ist doch also das! Wenn meine celebration nicht so gut ist! Denn ich glaube, meine 147 hat! Ich glaube, es kann nicht so gut kommen! Ich habe sogar eine 159 das. Ich habe noch die 50 ausgericht. Also... Du hast noch eine 160 ausgericht. Es kürz mich! Es kürz mich! Nein, ich habe eine 160 ausgericht. Forfüß. Stupf, warum? Du bist so schade, du bist so schade Ich bin nur noch geholfen, ich bin nur noch geholfen und ich habe nur noch eine Sekunde Und wir sind wieder tot Alter was sind diese Wichser? Aber so halten wir den ihren Timer mega high Ich habe kein Leben, Alter Ich habe keinen Leben, Alter Ja, geh weg! Das sind ihre Spezialfähigkeiten noch Ja, was anderes hat die scheinbar echt nicht mehr Ja, die sind ja vom Arsch der Welt jetzt dort hinten Jürgen wieder hinten Kann ich die Sentry auch da hochwerfen? Ich will das probieren, von wo hat der das gemacht? Ist der nicht noch? Ah, von hier Ja, safe Die traut sich echt nicht mehr vor Ich weiß nicht, auf was die warten noch Die Verbündeten haben gemeint, wir sollen jetzt bloß nicht denen die Chance geben, irgendwie manhunt zu bekommen Das heißt, wir dürfen nicht mehr sterben Ja, die haben ja nichts mehr, die können ja nicht mehr schießen Ich weiß nicht, was du das? Was hast du das? Was hast du das? Ich höre dich nicht! Ich höre dich nicht! Ich höre dich nicht! Aber auch wenn er bambit, dann weiß ich nicht, ob er etwas hat So, bleibt jetzt da oben, wir weg sind Oh, ich habe schwere Magazin für ihr gefunden Oh, ich habe schwere Magazin für ihr gefunden Oh, nein, 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 nein Du hast das gefunden? Ja, ich kämpfe gerade mit dem Bots Ich hab jetzt Ah, deswegen habe ich die Level abgekommen Aber die stehen halt grad da Weil sonst greifen die uns dauernd an authenticity Weis doch ich hab auch zwei Sachen gefunden Und wir dürfen nicht beide weggehen Nein, da steht keiner mehr Oh, da ist der andere Agent Fuck, ich habe der angewollert ich wollte dich abwürdig werden das wollte ich alles nicht sein versehen dann geht zurück die weg wollen mich jetzt tot sehen die wollen alle jetzt tot sehen er weiß der läuft mitten unter dem bots im zick aber ich lass dich jetzt sterben also ich bin schon tot ja ich lass dich ich bin schon tot ich bin schon tot ja warum sollte steht er unter dem bot so wird nicht abgeschossen sie hat immer noch Munition der da oben scheinlich gibt es eine Fähigkeit um sich Munition zu geben hey Leute ich will zeigen das war es jetzt auch in der letzten Folge das nächste mal bei was auch immer bis dahin Servus und Ciao Ciao